Oh, wisst ihr was? Heute ist ein echt langer und anstrengender Tag und ich bin zwar großer Herr-der-Ringe-Fan, aber ich habe einfach keinen Bock mehr zu lesen. Da trifft es sich ganz gut, dass das hier kein Bildband ist, aber zumindest ein Buch mit sehr vielen Bildern und nur wenig Text. Das heißt, das ist viel einfacher für mich, an diesem Tag zu lesen. Bin fertig. Was mache ich jetzt? Oh, noch ein Buch. Das ist ja perfekt. Guck mal, noch ein Buch und da sind auch ganz viele, Moment, da sind auch ganz viele Bilder drin. Seht ihr das? Bilder, wunderschön. Bisschen mehr Text, aber ist auch nicht so schlimm. Aber wisst ihr was? Ganz ehrlich, wenn ich mir das jetzt so alleine angucke, ist das irgendwie auch traurig. Was haltet ihr davon, wenn ihr einfach mit mir in die Bücher schaut? Ich finde das eine gute Idee und deswegen kriegt ihr die jetzt einfach. Und zwar kriegt ihr das Buch und das Buch. Und weil der Herr-der-Ringe ja dafür bekannt ist, immer alles in drei Teilen rauszubringen, kriegt ihr das Buch einfach auch noch. Das heißt, wir haben hier ein wunderbares Paket aus drei Büchern und das verlose ich jetzt an euch. Das könnt ihr gewinnen. Aber halt auch nicht nur einer von euch. Auch das wäre ja langweilig. Drei, hm, das wäre jetzt, das wäre ja viel zu simpel so, da würde ja jeder drauf kommen. Deswegen gibt es davon ganze fünf Bundles. Das heißt, fünf von euch gewinnen drei dieser Bücher. Macht dazu einfach mit. Klickt auf den Link in der Videobeschreibung. Da, vielleicht auch da. Ich weiß es nicht genau. Es hängt immer davon ab, wo das Video eingebunden wird und ob irgendeiner von uns auf den falschen Knopf drückt und das Video dann falsch herum abgespielt wird. Keine Ahnung, vielleicht liegt das Handy auch auf dem Kopf. Macht einfach mit. Wir wünschen euch viel Glück. Also ich und Sarah. Hallo Sarah. Hallo. Ja, seht ihr, Sarah wünscht euch auch viel Glück. Also mitmachen, gewinnen und viel Spaß beim Lesen. Nein, ich bin der geheime Bücherdieb. Ja, mit dir selber. Was? Aber Sarah, du kannst dir doch nicht die Bücher klauen. Die wollen wir doch verlosen. Sarah, nein. 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 Nein.